Leute, ich schau mal, wie weit die Mission entfernt ist, wo wir wieder hin müssen. Das ist ja einmal quer durch die Map. Okay, schauen wir mal, wie viel wir noch schaffen, beziehungsweise wie viel wir noch machen. Ob das dann schon die letzte Borderlands-Folge sein wird, oder ob dann noch eine kommt. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen, mal schauen. Spaß machen tut es mittlerweile auf jeden Fall, weil ich einfach schon extrem weit bin. Trotzdem weiß ich nicht, wie lange ich noch spielen werde. Und wir haben ja... Also Borderlands hat ja gerade 70% Rabatt, also kostet es noch 11 Euro. Äh, trotzdem... Ich denke nicht, dass ich es mir jetzt demnächst holen werde. Also wir spielen da die... Die Free Week... Oder Free Weekend-Version. Und deswegen habe ich die eben nur drei Tage spielen können. Und für drei Tage habe ich schon extrem viel gemacht. Also... Behaupte ich mal... Habe ich schon extrem viel aus den drei Tagen rausgeholt. Aber Vorsicht! Er ist ziemlich daneben, seit Hyperion seinen Hund gekillt hat. Gib mir ein Auto! Ich will ein Auto! Wir hätten das Auto mitnehmen sollen. Ich habe es gewusst. Wir hätten das Auto einfach mitnehmen sollen. Oh, da wären wir schon wieder angeschossen. So, gib mir ein Auto! Spawnen! Musst du schnell wohin? Catch and ride! Gib mir dein Content! Ich will den Platz hier hinten gerne freischalten. Was muss ich denn dazu entdecken? Seht ihr das auf der Minimap ist das Ganze... Lol! Was ist das denn für ein Ding? Warum verlieren wir die ganze Zeit unseren Schildbonus? Hä? Was ist denn jetzt? Was war das denn? Warum war das jetzt zu schwarz? Naja, egal. Ja, komm. Steig gleich wieder aus. Kannst du ja vergessen. So. Wo müssen wir denn hin? Wo dahinter? Wir sind extrem viel auf der Straße. Also, habe ich schon gemerkt. Für das, dass wir jetzt eben... ...zau krasse Missionen haben und dann trotzdem alleine sind. Fahren wir da hoch? Ich glaube, wir müssten da hoch. Ah. Reisen. Nein! Steig ein! Wir reisen mit dem Auto. Reisen. Reisen. Nice. Geh. Fällt mir. Oh. Auto verloren. Cool. Cool. Der Slapking haust auf dem anderen Felsen. Er kann uns helfen, an dem Bunker vor dem Kontrollkern vorbeizukommen. Einbringling! Einbringling! Was? Alter, alter. Um zum Team zu kommen, wüsste dich durch die Slaps kämpfen. Sei vorsichtig. Alter, der frisst Damage ohne Ende Nice 2000 Damage Einfach so Lol Gut Ah, hallo Macht unsere Ding hier Schockschaden Kann das sein Oh mein Gott Komm her, du Wir müssen dich töten Nice Das kannst du ja vergessen Ich wollte Ruhe geben Aber nein Ihr Hyperion-Schweine Musstet wieder anfangen Ihr musstet das hier unterlegen Denn ihr nicht Lol, wo kommt der denn her Alter, wo kommst du denn her Was bist du eigentlich für ein Zwerg hier Gib mir das ganze Gold So, jetzt müssen wir erstmal unser Leben wieder regenerieren Schon langsam Ich glaube unser Schutzschild ist kaputt Aber das tut er nichts zur Sache Wir müssen trotzdem die Mission beenden Au Was Wo bist denn Was bist denn du für einer Wo kommst du denn her Jo Wie kommen wir jetzt rüber Müsste ich gern Darunter Ich glaube eher weniger Äh Da gehen wir ja immer weiter weg Ich glaube nicht, dass das stimmt Wir müssen da noch eins weiter nach rechts Ich finde schade Dass keiner auf meinen Meinen hier Multiplayer joint Extrem schade Wäre viel lustiger Wenn noch einer kommen würde Aber Es kann auch sein Dass sie einfach so Nicht optim Die Zeit hier aufnehmen Hallo 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 Oh Gott Bitte was Erst mit dir reden Wenn du seiner Gang beigetreten bist Mach mal Was Willst der ins Gesicht oder was Du willst das jetzt ins Gesicht oder was Was Jo und jetzt Hey warum haben wir den jetzt umgebracht Der hätte uns doch helfen können Au 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 Da muss ich einfach mal den Den Mein Schild hier ziehen Die machen so viel Damage Ja Genau das wollte ich vermeiden Genau das Wollte ich vermeiden Weil jetzt ist wieder keiner da Den wir angreifen können Ja Kannst du ja vergessen War keiner da Den wir angreifen hätten können Das wollte ich vermeiden Weil den Copter kriegen wir so schnell nicht down Keine Chance Gegen den Copter Oh Hä Hä Wie kommen wir dann da rein Kapiere ich nicht Da ist hier überhaupt kein Eingang Da kommen wir so Also so rum kommen wir nicht rein Jetzt haben wir irgendwas freigeschalten Au Die machen Damage Kommen wir jetzt rein Ne Wie rum müssen wir rein Kapiere ich nicht Kommen wir da irgendwo rein Ist da irgendwo offen Da ist ein Zeichen aber Ah Entdecke das zweite versteckte Ding Das ist ja toll Aber Hä Hä Oh Oh Gott Ich bin so OP Ah Sorry Ich bin so OP Wie Das kostet was Und Natürlich kostet es was Weil es eine ganz normale Wiederbelegung ist 2.000 Leute Ja 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 Ah 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 Checkput Die was Alter 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 Oh mein Gott Ist der low Wir brauchen irgendwen der low ist Ja den schaffen wir so schnell nicht Ja du bist ja ganz der tolle Da konnten wir nichts machen Einfach weil wir alleine sind Das ist ja richtig übel Da muss ich nochmal schauen Dass ich die Waffe ein bisschen wechseln kann Dass wir da ein bisschen Anpassen Vielleicht Die hier auswechseln Und die hier mal hernehmen Die Sniper die kenne ich nämlich gar nicht Ja die Sniper die kenne ich gar nicht Die habe ich noch nie benutzt Aber zum Glück dürfen wir weitermachen Da müssen wir von vorne anfangen Das kann ich sehr vergessen Dann müssen wir andauernd wiederbegeben Alter was sind denn das für laute Hubschraubergeräusche hier Was ist denn los Oh die Sniper macht Damage Oh den müssen wir beschützen Wo ist er denn Da haben wir noch einen Warum geht der Große auf den anderen da Oh mein Gott Haha Haha Easy Wo ist denn Wo ist denn da überall was Ich weiß vor allem nicht warum Warum wir hier so laute Hubschraubergeräusche haben Händen haben wir einen Der ist jetzt dann gleich down Dieser Geschützer hat gar nicht gearbeitet Dich sollten wir doch kriegen Wie lang das Magazin vor allem reicht Das ist ja abartig Wir haben den komplett mit einem Magazin erledigt Übel Was ist das denn für ein Magazin Warum schickt er denn jetzt Zwerge Oh Gott Mach doch V Mach doch V Bring ihn um Wo ist denn noch einer Wir haben hier alle getötet Ne da ist noch irgendwo was Wo Da Komm schon Nice Die Zwerge sind genau richtig gespawnt Easy Oh ey was Wo kommen denn die ganzen Zwerge hier Reload Was machen die lauten Hubschraubergeräusche hier Das ist ja richtig easy Hör auf So zu wehren Ja So für Zwerge Was sind denn da noch Zwerge Da ist noch einer Wo ist noch einer Wo ist denn noch einer Hä Couchen Da kommen wir nicht raus Der ist irgendwo oben Da ist noch ein Zwerg Hä Wo ist denn da noch einer Hä Wackt das Spielgrad Da ist auf jeden Fall Munition Die nehmen wir ja immer mit Also das sind jetzt glaube ich welche gespawnt Na da haben wir ein Ziel Toller Schuss sagt er Obwohl wir gar nicht geschossen haben Richtig Richtig Okay Erledige 25 Zwerge Und wo kriegen wir jetzt noch so einen Zwerge her Zwerge Ich brauche noch drei Zwerge Jetzt noch zwei Hä Da Ui F F F Richtig Richtig OP Saugeil Nice Oh Gott da ist der nächste Loll Oh Gott Easy Irgendwie bugt der Spielgrad Glaube ich Habe ich so Ist von Die Vermutung Wie bringen wir denn den da hinten jetzt rum Oh nice Sehr schön Ich weiß nicht wie wir hinten raufkommen Da geht es ja nicht durch Da ist irgendwo noch Also ein Gegner ist noch irgendwo Also wir haben jetzt gefunden Einfach Ähm Wo ist das blaue Ding hin Ach da Den Schildbooster Was Gib mir mein Schild wieder Nein Toll Ja komm Gib mir mein Schildbooster Ich muss jetzt nicht gegen dich kämpfen Oder ohne Schildbooster Was willst du Ich will ohne Schildbooster Nein Schildbooster 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 Hä Jetzt haben wir ihn schon Einen Da haben wir ein Schild Und Level 21 Weg damit Warum voll Wir haben doch gar kein Schildbooster Oder Das ist jetzt was Das kann ich euch jetzt wieder nicht erklären Was ist denn da los Auf jeden Fall haben wir da Zwei coole neue Schilder Nehmen wir gleich mal das her Richtig nice Jetzt Ah Dann nehmen wir die Waffe auch noch Stirb Pff Gib her Gib her Warum bist du so groß Der Bunker Ja 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 Guck mal wie groß du bist Hat dir das schon mal einer gesagt Du bist echt groß Musst du sein Ich kann nicht zurück Ich komm da nicht rauf Ich kann nicht fliegen Oh Merci Mach auf Alter brauchst du lang Ich hab bloß noch ein paar Sekunden Dann haben wir die 20 Minuten schon wieder Komm du bist so langsam Das macht er doch mit Absicht Das macht er mit purer Absicht Tja Schau ihn dir an Jetzt bleib er noch mal stehen So jetzt sind wir über die 20 Minuten rüber Komm Was machst du denn Mach doch einfach auf Ja verdammt Ja Genau Jetzt kommt's Natürlich Da ist ne Granate Ja die wollte ich jetzt ausmachen Easy Also ich weiß nicht ob er so viel Damage macht oder wie Hier auf jeden Fall Damage wird gemacht Okay Hier sind wir Hier mit der geilen Sniper Richtig nice Aha Idiot Da hast es mal Easy Ja auf jeden Fall machen wir dann beim nächsten Mal weiter Der rammelt uns jetzt hier den kompletten Weg frei Und bis zum nächsten Mal Ciao Leute